Hallo Rümer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play, Life is Strange. Du hast mich da draußen gefreut. Du fühlst mich jetzt besser? Ein bisschen. Danke, dass du mir hilfst. Gib mir nur einen Moment. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kinda fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. Glad I feel normal again. I'd better go chat up Chloe. Hm, ja. Kann man nicht jetzt ein Foto machen? Schaut so aus. Dadurch, dass ich so... Ja. Nice. Nice. Schöne Sache, gut. Ähm... Es wären noch zwei Fotos. Und das habe ich, wie es aussieht, echt verpasst. Es muss doch locker im Restaurant gewesen sein, oder? Ah. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Aw, boohoo. Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend. And it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. No, it wasn't! You stole that shit! Give it to me right now, asshole! You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please, step back. You're kidding. Put that down. Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me. Or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. I'll track you down. I'll track you down. I'll track you down. I'll track you down. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other guns sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh, man. Frank took Chloe's gun because of me. Why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. It's all okay. Deswegen will ich das doch mal zurückspulen. Ich weiß halt nicht, wie gesagt. Ne? Wenn sie halt nur ins Bein schießt oder so, dann finde ich die Entscheidung besser. Deswegen, ja. Gucken wir mal. Ich hab gesagt, ich lass meine Entscheidung so, wie ich sie halt gemacht habe. Aber ich dachte halt, sie tötet ihn und das will ich nicht. Wenn sie nur ins Bein schießt, ist vollkommen alles okay. Ich hab mich stolz, sieh. Ich hab mich stolz, sieh. Das ist witzig. Oh, Mann. Ich werde dich erinnern, du Kind. Ich werde dich erinnern, dass du mich fast schießt. Und du wirst, dass ich keine Erinnerung hatte, weil ich nie vergessen. Du hast bis heute Morgen, um mir zu bezahlen. Ich werde dich jetzt wiederum schießt. Es wird das letzte Mal, wie du machst. Ich werde dich für die Schöne nehmen. Die Brainiacs. Aber das ist die Entscheidung Lass ich Die Entscheidung lass ich Sie hat den nicht getötet Also ist alles okay Jetzt ist alles Ich sag jetzt mal Alles okay Ich wollte halt ja nur nicht Dass sie ihn erschießt Und das hat sie ja nicht Deswegen belaste ich das Bei der Entscheidung Jetzt kann ich sie nicht mehr Wirklich machen Ich hoffe das hat keine So krasse Konsequenzen Oh Waren da nicht Züge vorbei? Waren da nicht Wir brauchen eine neue Secret hangout At least Frank Wouldn't find us Are you okay Max? I'm still freaked out about what happened That was awful Chloe I'm sorry I'm sorry But Frank isn't as hardcore as he fronts All he cares about is his cash, stash and mangy dog Chloe did you see what just happened? I almost shot him I know I could rewind but Chloe this is not playtime No more guns Max I know crazy shit is the new normal for me That's why I plan to leave Arcadia Bay That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off Now tell me exactly what's going on between you and Frank Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer Where I get my weed The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out Hung out You don't mean you No, we didn't have sex Gross, man He never even tried I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here That's it? No I want to know how Frank got Rachel's bracelet What do you think? I don't know anymore My brain is so fried from all of this I need a mental enema It's so weird talking to you about this insane crap We haven't hung out this much since we were tweens And it's like no time has passed I wish Rachel was here to meet you Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different She had... Has a great eye for images and for art Plus, she's a smartass like you We would all be hella best friends forever I know she must be as cool as you are I have no doubt we'll meet soon Railroad tracks always make me feel better I have no idea why Kerouac knew It's the romance of travel and movement The sound of the train whistle at night Look at the beat poet here I'd rather be a good photographer You are You just have to stop being afraid Perfect Max! Max! Help! I'm stuck! Hold on, Chloe What's that noise? The train! Oh shit! Oh shit! Nope, I don't want to go there Äh Brechtange! Brechtange! I can definitely use this bad boy Hurry! Hurry! Schnell, 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 schnell Get me out of here, Max! Please, get me out of here! Ne, warte, hä? Oh fuck, ich muss glaube ich die Tür oder so aufbrechen hier Oder? Irgendwas aufbrechen Irgendwas aufbrechen Max! Shit! I can't budget it all Score! The train is coming! Max, please! Ja, nichts drin! Ich habe, glaube ich... Ich hoffe, ich habe nicht übersteuert Now I can control the total, Magaizer Max! Get me out of here! Jaaa! Glaublich! Find something! Glaublich, bitte Jaaa! Glaublich, Province! Ich habe nicht! noch irgendwas durchschneiden oder so? Die ist doch jetzt hier nicht mehr drin, oder? Ne. Hä? Ah! Lull. Äh, äh, ah! Ja, ich bin dabei! Oh Gott, ey! Get me out of here, Max! Ach, Moment, kann ich? Äh! Sie sind wiederum. Oh, das war gut! Sie sind völlig verloren, was Sie? Sie sind okay? Ich habe splintern in meine assen und legge, so ich wünsche mir, dass es ein besser safeandes Weg ist. Und jetzt die trainverläuten können nicht zur Lumbermau. Oops. Sie sind nicht glücklich, dass ich Sie weg in einer monatwesendemischen Zeitküren? Es war cool, zu spenden Zeit auf deine Läher, aber ich muss zurück in der Schule, bevor ich meine nächste Klasse nachher. Ähm, ich kann es nicht mehr zurück ändern, das heißt, ich hätte wahrscheinlich auch alles mit der Zange lösen können und nicht mit der, äh, Axt. Nee, warte, ich hab mit der Axt nichts gemacht. Warte mal. Hä? Okay, okay. Ich habe meine Leben twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about Chaos Theory? What do you know about Chaos Theory, Miss I-hate-Math? Five years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar. Like you said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Alles klar. Slack rot ein bisschen bei mir. Ist ein bisschen unlucky. I have a little time before Mr. Jeffersons class, so I can do some wandering. So are you going to that Vortex Club party? Like I would... If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Donnerstag Nacht! Wild Untergangsparty! Blackwish im Wild Vortex Club! Yeah. Miss it, I have the sweetest outfit. Gut, eh, ich bin mal noch ein bisschen baff. Von dem, was wir gerade getan haben, sag ich mal. Ich hab, glaube ich, gerade schon wieder übersteuert. Es tut mir leid, wenn ja. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen leiser stellen. Hallo, Max. Ich hoffe, das ist nicht über das allgemeinen Schmerz-Incident. Ähm? Allgemein? Nathan hat eine Schmerz. Hast du ihn noch mit ihm gesprochen? Ja, er ist tief in dieser Anrufe. Ich will ihn nicht schuldig. Ich habe alle Facts, wir sprechen. Für den Momenten, fokussiere dich auf deine Schule. Ich kann nicht fokussieren, wenn ich Angst bin. Bitte nicht so sagen. Es gibt nichts zu schuldigen bei Blackwell Academy. Unsere Head of Security ist overseen eine neue Erre von Campus Safety. Und dann gehen sie. Los, wenn sie ein Meeting haben. Spucki, Alter. Ähm, Justin. Wahnsinn. Ja. Verpasst es nicht. Die Soiree des Vortex Clubs. Bald. Okay. Boah, nee. Ha, ha. Da habe ich jetzt ja mal gar keinen Bock drauf. Ich habe aber noch drei Seiten zu lesen. Alles klar. Und wir haben Frank. Als letzten Eintrag. Okay, das lesen wir aber alles im nächsten Part. Ich weiß halt nicht. Schau an diese Trophäe. Ich habe gerade gespeichert. Ich habe gerade gespeichert. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich... Eben, ja. Es kam das Symbol eben. Deswegen beende ich jetzt hier einfach mal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.